Musik Ich begrüße Sie im Namen von Songorchester e.V. Wir sind ein Verein in Braunschweig. Unsere Lehrerin, unsere Musiklehrerin, Frau Samra Zürkilmaz, hat studiert in der Türkei in der Ege-Universität und das Konservatorium dort erfolgreich beendet. Jetzt vermittelt sie ihr Wissen an uns weiter. Wir können in unserem Verein Musik lernen, Instrumente lernen, türkische, internationale Musik lernen. Und wir freuen uns, dass wir an diesem Festival teilhaben dürfen und ein Teil von diesem Festival sein dürfen. Und an diesem Abend möchten wir auch unser Erwachsenenchor und unser Kinderchor mit auf der Bühne zusammen, mit unseren Instrumenten etwas vorführen, unsere Lieder vorführen. Und wir hoffen, dass zahlreiche Gäste dort sind und Spaß an unserer Musik haben. Wir freuen uns, Sie am 30. April um 18 Uhr im Lessing-Festival in Wolfenbüttel mit unserer Musik erfreuen zu dürfen. Dankeschön. 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 Dankeschön.